Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, abend, je nachdem wann ihr gerade das Video schaut. Ich hoffe ihr seid immer noch gesund und genießt jetzt das Osterwochenende. Heute geht es weiter mit einer neuen Choreo, oder keine neue Choreo, jedenfalls nicht für alle von euch. Und zwar von The Gang 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 mit Gang Gang Gang. Allerdings in einem bestimmten Remix, ich werde euch das unten in die Videobeschreibung packen. Und ja, dann könnt ihr das da üben. Zu der Musik, also ich werde das, normalerweise habe ich die Musik für die Choreo geschnitten. Aber jetzt für das Video werde ich die Musik so nehmen, wie sie im Original ist. Damit die von euch, die die geschnittene Musik zu Hause nicht haben oder so, das trotzdem natürlich mit Musik üben können. Damit ihr da nicht durcheinander kommt und genau die richtigen Stellen habt. Gut, ich werde es diesmal in kleine Teile einteilen. Ich habe mir auch eine Stoppuhr gesetzt, damit das Ganze nicht länger als 30 Minuten wird. Und genau, ich hoffe, das kriegen wir zusammen hin. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal die Uhr. Und dann legen wir auch schon direkt los mit Teil 1. Gut, wir starten unten. Die ersten 32 Takte sind aber mega easy. Und zwar startet ihr mit eurem Kopf. Das heißt, ihr fühlt nur ein bisschen die Musik. Trinkt gerade in euer Ohr. Ihr hört euch das Ganze erstmal an. Das sind die ersten 8 Takte einfach nur mit dem Kopf. Jetzt steht ihr weitere 8 Takte einfach auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, von hier aus. Jetzt habt ihr die Musik richtig verinnerlicht. Dann macht ihr einfach eine große Pose. Ist egal, wohin. Rechts, links, oben, unten, ein Bein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es kann lustig aussehen. Es kann cool aussehen. Ist vollkommen egal. Macht eine große Pose. Groß. Und dann einfach mit dem Kopf. Hier jetzt aber mehr. Am Anfang haben wir den Kopf schön locker. Und hier, boom, boom, boom. Holt ihr richtig aus. Ihr könnt aber, wenn ihr jetzt die Pose hier drüben macht, ihr könnt euren Kopf auch drehen. Wie gesagt, es kann ja gerne auch lustig sein. Gar kein Thema. Also, unten in der Hocke. 8 Takte locker mit dem Kopf. Dann steht ihr auf. 8 Takte locker mit dem Kopf. Dann habt ihr eure erste Pose. Macht, was ihr wollt. 8 Takte mit dem Kopf. Jetzt ein bisschen größer. Der ganze Körper kann mitgehen. Ihr müsst nicht nur auf den Kopf beschränkt sein. Der ganze Körper kann mitgehen. Ihr könnt auch mit den Händen noch dazu was machen. Und dann habt ihr nochmal einen 8er mit der zweiten Pose. Wo genau dasselbe passiert. Wie gesagt, nur in einer anderen Pose. Das sind schon die ersten 32 Takte von Teil 1. So, kommen wir jetzt zu der Choreo. Und zwar, ihr startet mit hoffenem Bein. Ihr kommt hier so ungefähr auf die 8. Kommt ihr an, damit ihr auf die 1 starten könnt. Und zwar machen wir zuerst eine kleine Welle. Ihr geht in den Bounce. Dabei geht euer Oberkörper nach vorne. Oder ihr Po nach hinten raus. Enten nach hinten. Und dann bringt ihr die Welle von hier durch den Po in die Knie. Durch die Hüfte, Bauch und hoch in die Brust. Wieder nach oben. Und jedes Mal, wenn wir hier oben ankommen, habt ihr einen Akzent. Das heißt, wir spannen einmal die Muckis an. Die ihr hier oben so habt. So, also von hier viermal. Oberkörper, Po raus, in die Knie, Welle, Klick. Das Ganze nochmal. Oberkörper, Po raus, tief und hoch. So, 1 und 2, 3 und 4. Okay? Viermal insgesamt, ein Achter lang. Gut. So, von hier aus. Wir gehen mit dem rechten Bein, geht ihr auf. 1. Okay? Ihr dreht euch ein bisschen weg davon. Drückt mit den Zehenspitzen auf. Kommt wieder zurück in die Mitte. Dasselbe einmal links. Tipp. Bein raus. Okay? Geht auch ruhig ein bisschen weiter als normal. So, jetzt gehen wir mit dem linken Bein vorne überkreuzt. Geht mit rechts nach hinten auf. Geht mit links nach hinten auf, sodass ihr etwa wieder gerade steht. Dann gehen wir mit dem rechten Bein nach vorne. Langes Bein. Das heißt, ihr lehnt euch zurück. Ihr tippt nur mit den Zehenspitzen an, als ob ihr irgendwie unterm Tisch oder unter dem Sofa irgendwas mit dem Fuß wieder herholen wollt. Okay? Tipp. Und wieder nach hinten raus. Machen wir den Achter nochmal. Also, Beine sind auf. Ihr kommt von der letzten Welle nach oben. Klick. Geht da mit dem rechten Bein. Nach außen auf. Beine zusammen. Linkes Bein. Nach außen auf. Jetzt nach vorne überkreuzt. Rechts nach hinten. Links nach hinten. Rechts nach vorne. Und wieder zurück. Okay? So. Arme sind Freestyle. Okay? Ihr müsst halt nur daran denken, den Körper mitzudrehen. Also jetzt nicht einfach nur hier stehen und nach außen, so wie wir das manchmal beim Aufwärmen haben, okay, sondern ein kleines bisschen modifiziert. Gut. 5, 6, 7, also drehen und kick und drehen und nach vorne überkreuzt und nach hinten auch. Vorne überkreuzt. Boom. Kick. So, von hier aus. Weiter geht's. Wir gehen mit dem rechten Bein nach hinten. So. Und jetzt habt ihr einen ganz typischen Wechselschritt, okay? Den müsstet ihr alle bei mir schon einmal gemacht haben. Wir gehen mit dem linken Bein nach hinten und mit dem rechten Bein nach vorne. Okay? So, dasselbe machen wir jetzt nochmal. Wir gehen mit dem linken Bein Richtung Bildschirm, okay? So. Und von hier kommt der Wechselschritt. Das heißt, wir gehen rechts hinten überkreuzt, ihr geht links auf und schiebt den rechten nach vorne. Weg vom Bildschirm. Okay? Wir bringen das linke Bein hinten überkreuzt, bringen es wieder nach vorne. Mit dem Knie nach innen, okay? Das ist ganz wichtig, weil wir jetzt das Knie nach vorne dringen, okay? Nach außen. Gut. Erstmal bis dahin. Also. Wir kommen von 7, 8. Wir gehen mit dem rechten Bein nach hinten. So. Habt den Wechselschritt. Geht mit links einen Schritt nach vorne. Dann haben wir wieder Wechselschritt. So. Geht mit dem linken Bein kurz hinter, äh, mit dem rechten Bein, nee, mit dem linken Bein kurz hinter das rechte, so rum. Okay? Wir gehen hier wirklich nur antippen und gleich wieder raus. Okay? Also wenn wir hier stehen, nur kurz tipp, bumm, okay? Die drei Teile gehen sowieso schnell. Tipp, tipp, bumm, okay? Und dann direkt rausdrehen. Wir bleiben aber auf 10 Spitzen stehen. Okay? 5, 6, 7 und tipp, tipp, bumm, okay? Gut. Noch einmal. So. 5, 6, 7. Wir gehen hinten überkreuzt. Ihr macht den Wechselschritt. Wir gehen links einen Schritt nach vorne und wieder. Wechselschritt. Tipp, tipp, tipp. So. Wenn ihr hier ankommt, wir nehmen das rechte Bein hoch. Wir machen eine Drehung, okay? Ihr dreht, 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 dreht. Mindestens bis hierhin, bevor ihr das rechte Bein wieder absetzt, okay? Ansonsten bis nach vorne, ne? Also hier die Vierteldrehung habt ihr Zeit, euer rechtes Bein abzusetzen, okay? Und dann gehen wir mit dem linken Bein auf. Ihr geht in die Knie. Okay, wir machen einen kleinen Slide. Ihr zieht das Bein hier rüber. Bringt das Knie nach oben, okay? Diagonal nach vorne. Gut, nochmal. Also, ihr kommt von der und 6. Wir nehmen das rechte Bein hoch. Die Hände könnt ihr einfach zur Drehung mitnehmen für den Schwung, okay? Ihr nehmt das rechte Bein hoch und setzt es dann da irgendwo ab. Das wäre 7, 8, okay? Und jetzt geht ihr mit dem linken Bein auf. Das ist dann eure 1, ihr zieht rechts ran, 2, okay? So, letztes Mal. Also, rechte Bein kommt hoch. Ungefähr 90 Grad, muss nicht perfekt sein. Ihr setzt es auf 8 ab, geht mit links auf und zieht das rechte Bein nach oben. Gut. So, wenn ihr, ja machen wir hier weiter. Wenn ihr von hier, wenn ihr hier angekommen seid. Ihr habt schon gesehen, wir gehen auf, hoch. Dasselbe machen wir jetzt nochmal nach vorne. Wir gehen auf mit dem rechten Bein diesmal, okay? Und ihr zieht das linke Bein nach oben, okay? So, wir gehen mit links wieder zurück. Knie nach außen auf. Jetzt zieht das rechte Bein an. So, dabei dreht ihr euch nach hinten, okay? Auch wieder so ein bisschen diagonal eher, okay? So, dann das rechte Bein. Boom. Nach außen öffnen. Fester Schritt auf rechts. Ihr bringt das rechte Bein zum linken. Dreht euch dabei nochmal eine Viertelrunde, okay? Und dann springt ihr nach vorne auf. Und, ja, steht cool da. Okay, Arme kommen noch, Arme kommen noch. Gut. Also nochmal von der Drehung. Ihr nehmt das rechte Bein hoch. Das ist eure 7. 8. Wir gehen mit links auf. Tief. Rechte Knie hoch. Diagonal nach vorne. Wir gehen mit dem rechten Bein jetzt gerade nach vorne. Ihr zieht das linke hoch, okay? Wir gehen mit links wieder nach hinten. Beine auf. Denkt dran, schön in die Knie gehen. Rechts ran ziehen. Nach oben. Dann nach außen strecken. Einen schönen Tipp machen. Schließen. Boom. Und öffnen. Gut. Die Arme mit dazu. Die Arme sind eigentlich ganz easy, weil ihr die mit den Knien zusammen macht. Das heißt, gehen die Knie auf. Gehen die Arme auf. Gehen die Beine zu. Gehen eure Arme zu. Lässt sich also super merken. Slidet mit den Händen immer so ein bisschen über eure Oberschenkel. Okay? Und dann zieht ihr sozusagen das rechte Bein ran und nach oben. Okay? Also ihr müsst die Knie, die Beine ein bisschen kontrollieren mit euren Händen. So soll es aussehen. Okay? So. Von der Drehung. Ich gehe mal einen Schritt zurück. So. Wir nehmen das rechte Bein hoch. Das ist eure sieben. Wir setzen ab. Acht. Jetzt gehen wir auf. Die Hände gehen nach außen. Hebt die hier auch ein bisschen weg. Okay? So. Wir ziehen das Knie ran. Zack. Überkreuz. Jetzt schiebt ihr wieder das Knie nach vorne. Zieht das linke Bein ran. Bleibt dabei aber immer noch ein bisschen nach vorne gerichtet. So. Knie wieder auf. Tief gehen. Rechts hoch ziehen. So. Wenn ihr jetzt öffnet. Boom. Die Hände einfach einmal hier hin klatschen. Als ob ihr an der Wand steht. Okay? Zack. Ihr nehmt sie überkreuz. Ganz egal welcher Arm vorne ist. Okay? Ihr nehmt sie überkreuz. Boom. Und zieht sie hoch. Okay? Richtig nach oben. Ellbogen. Also raus. Nicht nach unten hängen lassen. Sondern richtig nach oben. So typisch B-Boy mäßig. Okay? Also Breakdance. Okay? Die stehen immer so da. Ne? Sieht besser aus als wenn ihr so da steht. Das sieht immer so ein bisschen gelangweilt aus. Oder nach keinem Bock. Oder halt so krass Türsteher mäßig. Okay? Und jetzt gehen wir hoch. Das sieht eher nach Tänzer aus. Ihr könnt den Kopf, ihr seht es bei mir, ihr könnt den Kopf auch gerne zur Seite legen. Ne? Das ist dann. Das sind Kleinigkeiten. Macht das wie ihr wollt. Gut. Das Ende mit Teil 1. Gehen wir das jetzt noch einmal von der Welle aus. Von Anfang an auch durch. Okay? Und dann nehmen wir gleich nochmal den Teil mit dem Kopf, wo ihr die Musik fliegt. So. Also von hier aus. Von der Welle. Wir gehen. Klack nach vorne. Ihr geht runter. Ihr habt Welle 1. Klack. Wieder runter. 2. Denkt gerade. Po raus. Oberkörper raus. Knie nach vorne schieben. 3. Noch einmal. Letzte Mal jetzt. 4. Dann geht ihr mit dem rechten Bein auf. Bringt es in die Mitte zusammen. Geht links auf und nach vorne überkommt. Rechts nach hinten auf. Einmal mit rechts vorne. Tipp. Wieder zurück. Und jetzt werden wir schneller. Und zwar bis jetzt hattet ihr immer für alles einen Takt Zeit. Für jeden Schritt. Okay? Und jetzt kommen wir. 1. Und 2. 3. Und 4. Und 5. Und 6. Drehung. 7. 8. Slide. 1. 2. Nach vorne. 3. 4. Wieder zurück. 5. 6. Nach außen. Tipp. Schließen. Und nach oben. Okay? Gut. Machen wir direkt nochmal. Jetzt von ganz unten. Also 5. 6. 7. Locker Kopf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jetzt aufstehen. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. Große Pose. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. In die Mitte. Und Welle. Und 2. 3. Und 4. 5. Und 6. 7. Rechts nach außen. Und 1. Und 1. 2. 3. Nach vorne. 4. 5. 6. Achtung. Tempo wird schneller. Und auf. 1. Und 2. 3. Und 4. Und 5. Und 6. Drehung. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Boom. Das ist Teil 1. Okay? Nehmt euch da ruhig ein bisschen Zeit. Wenn nicht, haltet mal kurz das Video an. Übt das erstmal ein bisschen, weil wir machen jetzt schon direkt weiter mit Teil 2. Teil 2 fängt im Grunde genommen genauso an wie Teil 1. Ihr habt erstmal viel Zeit. Das heißt, die ersten 32 Takte werden wir ganz schnell machen. So, ihr steht hier. Ihr kommt an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da steht ihr einfach nur gut rum. Okay? Dann öffnet ihr die Arme. Bewegt euch einfach ein bisschen im Raum. Okay? Normalerweise ist hier ein Stellungswechsel. Okay? Aber den laufen wir jetzt einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, von hier aus wird es wieder interessant. Beine sind auf. Hände sind vorne. Ihr geht nach links runter. Ihr geht tief. Hier nach vorne neigen. Aber haltet den Kopf, wenn es geht, noch mit einem Blick nach vorne. Nicht komplett runternehmen. So, ihr kommt hier hoch. 7, 8 und auf und 1. Hört ihr du 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 in der Musik. Okay? Boom, boom. Kommt wieder zurück. Okay? Also einmal kurz nach links anschlagen und dann nach rechts wieder raus. Ihr geht tief, kommt hoch und dabei zieht ihr dann das rechte Bein an. Machen wir das noch einmal ganz kurz. Ihr startet immer schnell. Zieht langsam durch und dann wieder schnell und wieder langsam durchzieht. 5, 6, 7 und schnell. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom, boom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das rechte Bein kommt ran. Das braucht ihr jetzt gleich zum Gleichgewicht. Gut. So, weiter geht's. Von hier aus. Wir springen mit dem linken Bein nach vorne. Okay? Ihr bringt die rechte Hand Richtung Knie. Ihr müsst nicht treffen. Okay? Ihr könnt auch daneben schlagen. Da kommt es jetzt nicht drauf an. Okay? Ihr bringt den Arm in die Richtung euer Knie. Bringt den Oberkörper nach unten und den Kopf mit nach vorne. Okay? Das soll ein bisschen so aussehen, als ob euch jemand von hinten schubst. Okay? Das ist so ein bisschen in die Richtung, in die ich gedacht habe. Also, wir springen auf das linke Bein. Ihr kommt von hier nach vorne. Okay? Rechte Bein kommt hoch. Ihr geht wieder zurück auf das rechte Bein. Bringt links dazu. Und jetzt machen wir das selber mit dem rechten Bein nach vorne. Okay? Ihr springt auf rechts. Bringt den Oberkörper runter, den Kopf runter, die Hand runter. Geht dann wieder zurück auf das linke Bein. Und hier springt ihr auf. Okay? Nochmal langsam. Also, linke Bein geht nach vorne. Der Arm kommt runter. Ihr geht mit dem Kopf rein, Oberkörper rein. Knie kommt zum Oberkörper hoch. Ihr geht wieder zurück. Wechselt. Macht das selber auf der anderen Seite. Boom. Geht tief. Geht wieder raus. Und hier springt ihr auf. Vier. Gezählt ist es also eins und zwei. Drei und vier. Letzte Mal. Fünf, sechs, sieben. Nach vorne. Das ist eins und zwei. Drei und vier. Gut. Von hier aus. Von der vier. Wir gehen mit der rechten Seite komplett. Lasst den Oberkörper, wenn es geht, stehen. Okay? Ein bisschen bewegen. Klar. Ihr kennt das. Ist immer mit drin. Aber versucht ihn eher gerade stehen zu lassen. Klar. Ellbogen ziehen wir hoch. Okay? Und hier geht nach innen. Und ihr habt ein Papp. Okay? Ihr spannt also einmal den ganzen Körper an. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Papp. Okay? Es kommt also nicht darauf an, dass ihr den Arm hier wunderschön nach oben in eine gerade Linie zieht. Darauf kommt es gar nicht an. Das ist ja. Boom. Boom. Okay? Es kommt eigentlich eher auf den Papp an. Okay? Also. Rechte Beine. Rechter Ellbogen. Klick. Linker Ellbogen. Linkes Bein. Klick. Nochmal. Fünf. Und jetzt schnell. Ding. Boom. Fünf. Sechs. Sieben. Papp. Papp. Gut. Wenn ihr hier steht, wir gehen mit dem linken Bein einen Schritt nach vorne. Also was heißt nach vorne? Nach rechts vorne. Okay? Und jetzt geht ihr mit dem rechten Bein. Stellt euch einfach vor. Hier wäre irgendwie, keine Ahnung, so ein kleiner Zaun, eine große Kiste oder was auch immer. Okay? Und dann müsst ihr drüber steigen. Steigt hier drüber. Bringt das rechte Bein wieder nach vorne in die andere Richtung. Okay? Wir machen also eine Kehrtwende. So. Ihr kommt hier von der Sechs. Wir gehen mit dem linken Bein nach vorne. Das ist eure Sieben. Jetzt zieht ihr das rechte Bein mit den Knien nach oben. So. Ein bisschen hier rum. Bringt es nach vorne und geht in die Knie rein. Okay? Letzte Mal. So. Von hier aus. Links nach vorne. Rechts oben drüber. Punkt. Der Arm kommt mit nach vorne. Rechte Bein, linker Arm. Und jetzt gehen wir noch den dritten Schritt und zwar mit dem linken Bein. Zack. Wieder nach vorne auf. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Okay? Rechter Arm kommt dabei raus. So. Punkt. Okay? Wir stehen jetzt hier offen. Ihr geht einen Schritt hier rüber. Dreht. Bringt das rechte Bein dahin, wo es gerade eh schon stand. Und geht dann wieder auf. Okay? So. Von hier aus. Wir gehen, der linke Arm kommt hier hoch. Okay? Das ist eure Mittellinie. Dann schlagt ihr mit dem rechten Arm einmal unten. Holt aus mit dem Ellenbogen nach hinten. Und schlagt einmal drüber. Okay? Also von hier. Wir gehen unten und oben. Okay? Ihr seht schon, euer Oberkörper geht dabei mit. Okay? Unten und oben. Und unten und oben. Der linke Arm hat nichts zu tun. Der ist nur eure Mittellinie. So. Das rechte Bein dreht natürlich ein bisschen rein. Also seid da jetzt nicht so steif. Okay? 5, 6, 7 und boom, 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 boom. Okay? So. Ihr schließt ganz schnell. Ist egal wie. Ob ihr jetzt rechts ran bringt, links ran bringt. Entschuldigung. Oder beide zusammen. Okay? Das ist... Entschuldigung. Ich habe gerade was getrunken. Ist ganz egal. Okay? Könnt ihr also machen, wie ihr das braucht. Und dabei zieht ihr den rechten Arm hoch zum Mund. Okay? Aber es muss eine sehr, sehr schnelle 4 sein. Okay? Weil wir eine Pause kreieren wollen. 4 und dann kommt die 5. Okay? Da wollen wir eine Pause dazwischen kreieren. Deswegen muss die 4 wirklich sehr, sehr schnell kommen. Na? Ansonsten geht ihr halt rein. Geht weiter. Und dann fließt das so sehr und ist nicht so schön. Okay? Pause setzen. Gut. Von der 4 machen wir den 8er noch zu. Mit der rechten Hand geht ihr einfach runter. Das wäre 5, 6. Okay? Guckt einmal nach hinten. Die Hand läuft einfach aus. Okay? 5, 6. 7. Bum. Wieder nach vorne gucken. 8. Okay? Arme auf. Nach außen. Ihr könnt die auch ein bisschen tiefer nehmen. Da kommt es dann nicht drauf an. Okay? Soll eine coole Pose für euch sein. Gut. 4. Also 5. 6 nach hinten. 7 nach vorne. Pah. 8. Okay. So. Die Beine. Ihr springt mit dem rechten Bein nach vorne. Und zwar zuerst auf die Zehenspitzen. Dann rollt ihr ab und landet auf der Ferse. Okay? Das heißt, wir tauchen sehr weich ein. Man hört den Schritt eigentlich gar nicht. Okay? Und ihr geht nach vorne. Wir tauchen mit dem rechten Arm zusammen. Taucht ihr ein. Okay? Das linke Bein hinten. Das kommt einfach ein bisschen hoch. Taucht ein. Geht bei 7. Hinten mit links. Da dürft ihr auch wieder fest aufsetzen. Und dann einmal mit rechts. Boom. Und hier habt ihr eure 8. Okay? Machen wir nochmal. 5. 6. 7. Und tief. Nach hinten. 7. Boom. Und da habt ihr eure 8. So. Die letzte 1 noch. Und zwar drückt ihr die Arme einmal richtig fest nach unten. Okay? Und geht mit dem linken Bein nach hinten raus. Boom. Okay? Da wäre der zweite Teil zu Ende. Ne? Das ist dann euer letzter Schritt. Gut. So. Wir starten hier. Am Anfang habt ihr erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wo ihr einfach nur rumsteht. Dann habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wo ihr euch kurz ein bisschen bewegt. Und jetzt gehen wir nach links runter. Ihr geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achtet auf die Schläge. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rechte Bein ranbringen. 7, 8. Ihr geht mit links nach vorne. Ihr geht 1 und 2, rechts, 3 und öffnen. 4, rechte Bein. Boom. Linke Seite. Boom. Geht links nach vorne. Rechts oben drüber. 8. 1. Schlagen. 2 und 3. Schnell schließen. 4. Nach vorne. Tief füllen. 6. Nein, sorry. Das war 7. 8. Und der Schlag. Boom. 1. Gut. Also machen wir es nochmal. Ich zähle es jetzt nochmal komplett durch. Dann habt ihr die Takte. Und dann geht es weiter. Also 5, 6, 7, 8. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach links tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und mit links nach vorne. 1 und 2, 3 und öffnen. 4, rechts, 5, links, 6, Schritt, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schon wieder falsch gemacht. Das geht einfach zu langsam. Okay, 8 und dann die 1 zum Schluss. Sehr gut. So, da sind wir mit Teil 2 durch. Das ist nachher, allerdings sage ich euch jetzt schon, wesentlich schneller. Wesentlich schneller. Wir werden das Ganze zum Schluss dann, die typischen letzten 3 Runden langsam, mittelschnell, da werdet ihr das dann spätestens mal richtig auf Tempo machen. Ansonsten gebt ruhig Gas. Okay, also der Beat ist ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, falls ihr es mal schnell üben wollt. Gut. Dann gehen wir jetzt auch schon weiter zu Teil 3. Okay. Das war euer letzter Schritt aus Teil 2, gleichzeitig Übergang zu Teil 3. So, wie gesagt, das ist jetzt der Teil, den ich in der Musik eigentlich rausgeschnitten habe. Wir zählen den jetzt einfach einmal durch. Und zwar sind das 16 Takte. Okay, also von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da passiert gar nichts. Okay, weil, wie gesagt, da habe ich rausgeschnitten. So, dann kommt ihr, ihr könnt von rechts reinkommen, ihr könnt von links reinkommen. Wir können aber auch einfach von hinten, so werde ich das jetzt auch machen, einfach reinlaufen. Und zwar 3 Schritte nach vorne. 1, 2, 3 und bei 4, boom, öffnen. Arme nach oben, Muckis zeigen. Okay. Ist egal, mit welchen Beinen ihr anfangt, weil, wie gesagt, ihr könntet auch von überall kommen. Okay, das macht keinen Unterschied. So, und nochmal. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, boom, 4. Gut, wenn ihr bei der 4 steht, so, ihr guckt jetzt einfach einmal nach rechts auf eure Muckis. Okay, wir präsentieren die schon, das ist schon echt so gedacht. Okay, so, ihr guckt einmal nach rechts, boom, guckt nach links, guckt ihr dann nach vorne und schließt die Arme. Okay, wie beim Butterfly im Fitnessstudio, einige von euch kennen das vielleicht, da zieht man die Gewichte von hier nach vorne. Okay, ist vor allem schön für die Brustmuskeln, falls ihr mal ins Studio geht oder so, okay, trainiert das auf alle Fälle. Sehr wichtig, auch für die Schultern. Gut, also 4, ihr guckt nach rechts, 5, ihr guckt nach links, 6, ihr schließt, 7, 8. Okay, 2 mal, 7, 8. So, dann gehen wir nach unten, wir machen erstmal die Arme überkreuz, ganz egal welcher Arm vorne ist, okay, 1, ihr zieht die Arme nach innen, so, ihr dreht die hier rein, ja, so, okay, und aus dem Bauch raus sozusagen, werft ihr die einmal nach vorne, zieht sie dann noch einmal nach unten und schließt. Wieder hier am T-Shirt, Gürtellinie, was auch immer ihr da ganz gut greifen könnt oder einfach nur abgelegt. Gut, also, hier oben, wir gucken einmal rechts, wir gucken links, bumm, ihr schließt, 7, 8, dann nach unten, hier links, okay, da nehmen wir gleich das linke Bein mit, deswegen gehen wir nach hier, schräg rüber, okay, ihr zieht die Arme hoch, bringt sie rein, okay, jetzt dreht ihr euch auch wieder nach vorne, einmal aus dem Bauch etwa, aus Bauchhöhe raus und nach unten zum T-Shirt, Gürtellinie, okay. So, die Beine, machen wir erst nochmal von hier, also ihr guckt rechts, dann ist das Punkt, kommt links und schließen, 7, 8, so, von hier aus, ihr geht nach unten in die 1, okay, Knie kommt hoch, ihr schlagt aber vor euer Knie, ihr seht es ja, so, ihr geht mit dem linken Bein runter, da kommen die Arme nach oben, okay, so, wir gehen jetzt hier zum Bauch, nach außen und ihr schließt bei 4, gut, nochmal, so, Arme sind oben, wir gucken rechts, klack, links und schließen, so, jetzt runter zum Knie, das ist euer 1, der erste Schritt ist 2 und 3 und 4, gut, also, bei dem linken Bein zieht ihr hoch, bei dem rechten Bein, schießt ihr eure Arme nach außen, klack, und bringt sie bei 4 hier nach unten, Schlusspose sozusagen, aber es ist noch nicht ganz Ende, okay, so, 5, 6, 7 und rechts, links, pumpen, pumpen, nach unten und hoch und vom Bauch und zack, stehen, so, jetzt habt ihr wieder 4 Takte erstmal Zeit, wo ihr einfach nur cool dasteht, okay, 1, 2, 3, 4, so, und dann kommt jetzt der letzte Teil, die letzten 32 Takte, geht aber ganz, ganz schnell, so, die ersten zwei Sachen weiß ich, was er sagt, beim dritten verstehe ich nicht, was er sagt, okay, und zwar sagt er am Anfang einmal Gang, 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 okay, und dann sagt er Human Man, okay, das ist immer 3 und 4, 7 und 8, okay, also, von hier habt ihr 3 und 4, ihr könnt also entweder auf 3, auf und, oder auf 4 arbeiten, vollkommen egal, könnt ihr euch aussuchen, nehmt ihr die 3 und 4, sucht euch eins von den 3 aus, so, bei dem nächsten Teil habt ihr fast genau dasselbe, okay, ihr habt auch 7 und 8, ihr könnt euch auch auf einen von den 3 Teilen aussuchen, und zwar, entweder geht ihr nach rechts auf, okay, Knie nach außen, Arme hier oben, okay, Handflächen schön nach vorne gezeigt, okay, ihr geht nach oben, ne, dann sind die Arme etwa hier, so typische Partyheld, okay, so, wir gehen nach links, hier auf, okay, da habt ihr dasselbe Spiegelbild zu rechts, okay, und hier wäre das die Takte 7 und 8, okay, also entweder rechts, Mitte, links, 7 und 8, eins davon müsst ihr euch aussuchen, okay, so, gut, also, ihr habt hier, ihr steht hier, okay, das wäre dann 5, 6, 7, 8, dann habt ihr noch 1, 2, was ihr auch noch rumsteht, dann fängt das an mit 3 und 4, okay, so, jetzt, wie gesagt, 5, 6, einfach stehen, dann geht ihr, entweder 7 und 8, sucht euch eins aus, ich bleib einfach mal immer bei den ersten, okay, 3 und 7, ich denke, das ist am leichtesten, so, 7 und 8, so, dann habt ihr 1, da steht ihr auch einfach rum, und bei 2 und 3, da wird gepunkt, und zwar von hinten, bum, bum, nach vorne, okay, 7, äh, 2, 3, okay, und bei 4, schließen, ja, also nochmal, das ist eure 1, dann, 2, 3, 4, ja, für die, die in der Mitte sind, ihr punktt einfach nach oben, okay, also das, was ich gerade schon angeteasert hatte mit dem Partyhands, okay, das machen wir jetzt hier auch, ihr geht aber dabei in die Knie, ihr habt den Bautz, okay, das ist, da müsst ihr dran denken, so, macht den nur den hier, okay, sondern mit dem Knie nach unten, gut, so, also, von hier, das ist eure 7, 8, 1, 2, 3, 4, okay, und dann sagt ihr, and the beat goes grah, bach, bach, okay, beziehungsweise bang, bang, okay, ähm, wir sind zu, ihr geht mit dem linken Bein auf, geht mit dem Oberkörper nach vorne, dreht, und schaut zur Seite, okay, also nur für die, die die ich schon nicht kenne, normalerweise wäre da jetzt jemand, der dann was macht, okay, äh, haben wir jetzt nicht, ihr guckt einfach darüber, so, beide sind zu, ihr geht auf bei 6, ist das, ihr geht 6, 7, okay, und dann kommt dieses grah, bach, 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 okay, genau, ähm, ja, und nach dem, machen wir das Ende noch ganz kurz fertig, weil das ist jetzt nur noch Freestyle, wenn ihr hier die 7 habt, 8, und auf 1 geht's dann immer bang, 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 und das wird immer schneller, bis dann natürlich irgendwann der Drop kommt, der Refrain einsetzt, okay, wo es dann meist richtig cool wird, ähm, genau, und das macht ihr Freestyle, okay, bang, 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 okay, ihr könnt das machen, wohin ihr wollt, ihr könnt dabei auch nach vorne laufen, bang, 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 okay, funktioniert auch super, äh, und dann natürlich ein bisschen schneller werden, die zweite Stufe nehmen wir noch mit, okay, also von jedem Takt, dann zu jedem halben Takt, bang, 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 das nehmen wir noch mit, aber wenn es dann richtig schnell wird, in die 16. rein, das dann nicht mehr, weil dann seid ihr nur noch wie so ein Maschinengewehr, okay, das sieht ja nicht mehr gut aus, ne, genau, also nur die ersten beiden Steigerungen, äh, genau, und da ist Ende, da ist Schluss, ne, so, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal Teil 3, von, ja, doch, von hier aus, da geht's ja los, oder nee, gar nicht, bumm, das war Teil 3, Entschuldigung, so, ihr habt das den Slide nach hinten gehabt, so, jetzt habt ihr 16 Takte Pause, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt kommt ihr nach vorne gelaufen, 1, 2, 3, öffnen, 4, einmal rechts gucken, 5, links gucken, 6, schließen, 7, 8, Arme nach unten, überkreuz, 1, nach innen nehmen, 2, aus dem Bauch raus, 3, schließen, 4, halten, 5, 6, 7, 8, 1, 2, jetzt habt ihr euer, 3 und 4, 5, 6, halten, dann jeder in seine Pose, 7 und 8, 1, halten, 2, 3, 4, halten, 5, tief gehen, 6, 7, halten, 8, und dann bang, 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 jetzt schneller, bang, 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 okay, genau, und da wäre Schluss mit dem Freestyle, da ist Schluss mit dem Choreo, da habt ihr alles geschafft, gut, dann gehen wir jetzt alles von Anfang an durch, eine langsame Runde, Mittelrunde, schnelle Runde, und ihr könnt das letzten Video so oft machen, wie ihr wollt, wenn ihr mit einem Tempo irgendwie Probleme habt, lasst euch also Zeit beim Üben, stresst euch nicht, okay, so, von Anfang an alles komplett durch, wir starten mit dem Kopf, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pose, 1, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pose, 2, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rechts raus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nach vorne, und 1, und 2, 3, und 4, und 5, und 6, Drehung, 7, 8, zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipp, 7, tipp, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, im Kreis, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf links nach vorne, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, schließen, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nach vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 6, 7, 8, 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8. Das ist mir jetzt auch nicht so eingefallen. Gut. Ja, das war ein langsames Tempo. Machen wir direkt hinten dran die mittlere Runde. Atmen wir kurz durch. So. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und auf. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schneller. 1, und 2, 3, und 4, und 5, und 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tief und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nach vorne und 1, 2, 3, 4, 5, 6, Schritt 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nach vorne und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Mittlere Tempo. Okay. Mittlere Tempo. Ich denke, ihr merkt schon, wo es jetzt gleich hinführt. Ja. Okay. Nochmal durchatmen. Luft holen. Und letzte Runde. Vollgas jetzt. Okay. 5, 6, Achtung, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Achtung Tempo, 1 und 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach vorne. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 nach vorne 6 7 und 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 und 4 5 6 7 und 8 1 2 3 4 5 6 7 8 und 1 2 3 4 5 6 7 8 1 und 2 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 alles klar, da seid ihr alles durchgegangen. Also wie gesagt, das Lied packe ich nochmal unten in die Videobeschreibung rein, weil für den Titel ist es glaube ich ein bisschen lang. und genau, ihr findet es bei Spotify, bei YouTube und ja, viel Spaß beim Üben und zeigt mir auch gerne, wenn ihr das irgendwie zu Hause macht. Ihr könnt mir auch gerne Videos schicken oder sowas, mich irgendwo verlinken, alles cool. Okay, viel Spaß.